Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns ganz kurz das Ende von den Integern angucken. Ja, Integer haben nur eine gewisse Größe und zwar 32 Bit und ihr seid jetzt mittlerweile so weit, dass ihr hier tatsächlich sagen könnt, ich weiß wie man das austestet, was da eigentlich das Maximum ist. Das heißt, eure Aufgabe ist es, einen Variablen Integer mit Namen i vom Typ int auf 0 zu setzen und jetzt sollt ihr mal gucken, wann dieser Integer hier zu Ende ist, also wann ihr ihn nicht weiter erhöhen könnt. Es gibt einen Maximalwert von Integern und ich möchte, dass ihr das programmatisch rausfindet und mir die Zahl dann am Ende ausgebt. Und ja, das schauen wir uns jetzt einfach tatsächlich mal an. Ich möchte allerdings, dass ihr das mal selber erstmal probiert und jetzt probieren wir die Lösung zusammen durch. So, also was wir machen ist, wir sagen hier, wobei wir sagen hier, while, solange unser Integer i größer ist, äh, kleiner ist als i plus 1, wollen wir was ausführen und zwar sagen wir dann i gleich i plus 1. Und das ist eigentlich eine relativ interessante Definition hier, was wir hier sehen können, denn offensichtlich, wenn sich unser i nicht mehr erhöht, dann wollen wir plötzlich das Ganze nicht mehr weiter ausführen. Und das ist eigentlich ein ganz netter Trick, aber damit können wir auch überprüfen, ob unser i quasi immer gewachsen ist und am Ende, lasst uns da doch mal Print i ausgeben oder Print Line am besten von i und Print Line von i plus 1. Und das könnte relativ spannend werden. Wir schauen einfach mal ganz kurz. So, das dauert ein bisschen, bis das fertig gelaufen ist. So, und wir sehen, was da passiert. Wir haben ein i, also wir lassen das Ganze quasi laufen, bis wenn wir die Zahl um 1 erhöhen, die Zahl selbst kleiner ist, wenn sie erhöht ist, als davor. Und das ist eigentlich faszinierend, weil das widerspricht ja allem, was wir aus der Mathematik kennen. Wir rechnen plus 1 drauf, dann sollte die Zahl auch größer werden und nicht kleiner. Aber wenn wir einen Overflow haben, das Ganze nennt sich so, dann haben wir plötzlich hier bei unseren Bits 1, 1, 1, 1, ganz, ganz viele Einser. Ja? Und dann rechnen, also das ist quasi, das sind unsere 32 Bits, das sind jetzt keine 32, ich habe nicht gezählt. Und dann rechnen wir plus 1 drauf und was passiert dann? Dann kommt ein Overflow. Dann werden die alle hier zu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Und theoretisch steht ganz vorne ein 1. Diese ganz vorne 1, die gibt allerdings das Vorzeichen an, in unserem Integizer, in unserer ganzen Zahl. Und die sagt, ja, Moment mal, das da hinten ist dann also meine Zahl, okay, aber das da vorne ist mein Vorzeichen. Das heißt, das steht für, ja, das Minus ist da. Das heißt, hier steht eigentlich Minus das da und dadurch, dass es ein Zweierkomplement ist, das ist jetzt ein bisschen komisch intern, haben wir sozusagen die kleinste Zahl, die wir überhaupt darstellen können, durch diese Operation plus 1 erreicht. Und deswegen bekommen wir hier, wenn wir die Zahl, Sekunde, jetzt muss ich selber nachdenken, die Zahl 2 Billionen, nee, 2 Milliarden 147.483, 2 Milliarden 147 Millionen 483.647 um 1 erhöhen. Wenn wir die um 1 erhöhen, bekommen wir minus 214 Milliarden, Moment, 21 Milliarden 2 Milliarden 147 Millionen 483.648 raus. Ja, das ist der Zauber von Overflows und leider nicht ganz so angenehm, wenn man natürlich mit sehr, sehr hohen Zahlen rechnet. So, jetzt haben wir natürlich noch die Alternative, wir können hier einen Long verwenden. Da dauert allerdings meine Berechnung ein klein bisschen länger, weswegen ich hier das da schon mal vorgebe, ja. Machen wir mal so, machen wir lieber mal so. Das kann nämlich eine Weile dauern. Sonst, und so haben wir immerhin schon ein bisschen der Zahlen hinter uns. Aber ja, das kann sogar sehr, sehr lange dauern. Okay, ich pausiere euch währenddessen. Okay, gut, ich habe es abgebrochen, das dauert einfach viel zu lange. Wer Bock hat, kann es gerne mal zu Ende laufen lassen, aber das kann schon ein paar Stündchen dauern, bis das endlich mal da oben ist. Ihr könnt es hier mal mit mal zwei probieren. Das sollte dann relativ schnell gehen. Allerdings bekommt ihr da nicht wirklich das Maximum raus. Allerdings, dann können wir hier natürlich auch noch hergehen und sagen, weil i kleiner, na, Moment, i größer, i minus 1. Nein, noch viel besser. Wir sind ja dann, ha, ich bin eigentlich gar nicht so doof. Okay, wir fangen mit 1 an. Und dann sagen wir hier, solange i eben kleiner ist als i mal 2, erhöhen wir das Ganze um 2 und, ähm, äh, beziehungsweise multiplizieren wir das Ganze mit 2. Und dann sagen wir, solange i kleiner ist als i plus 1, beziehungsweise, nee, wir machen i plus, ja, lassen wir es einfach mal so laufen. Und, ähm, ich glaube, das kann ich dann auch endlich zu Ende laufen lassen. Ich habe jetzt ein bisschen Puffer noch hinterher. Ähm, dann rechnen wir eben hier i plus 1 durch. So, wer Bock hat, kann sich das gerne mal, ähm, selbst schreiben. Es wird eine Weile dauern. Ich könnte eigentlich mal die Zeit noch messen und euch dann sagen, wie lange es auch gedauert hat. Nur ganz grob, nicht auf die Sekunde genau. Zeit hatten wir hier auch noch nicht. Das kommt vielleicht noch irgendwann später in der Tutorial-Reihe. Aber ja, das machen wir jetzt noch nicht. Okay. Und ja, dann bis gleich. So, okay. Ich habe das hier nochmal ganz bisschen überarbeitet. Und zwar, ähm, hätte das sonst auch ein paar, naja, sagen wir Tage gedauert. Ähm, ich habe nebenher mal gerechnet, wie lange es wirklich gedauert hätte. Ich kenne natürlich den maximalen Long, den man jetzt hat. Und wenn ich jetzt hier auf Play klicke, dann ist das einfach innerhalb von quasi keiner Zeit fertig. Was habe ich gemacht? Ähm, ich habe ein paar Tricks ausgenutzt. Ich habe hier zwei Wildschleifen ineinander geschachtelt. Ich wollte das eigentlich vermeiden, damit es ein bisschen lesbarer bleibt für euch. Und habe dann gesagt, okay, wir fangen auf der Höhe von einem halben Long an. Das ist ja quasi fast ein halber Long. Ähm, aber nur fast eben. Es ist nicht genau ein halber Long. Und dann sagen wir hier, okay, wir haben hier noch einen Counter. Das ist immer der Counter, um den wir I erhöhen. Und den Counter setzen wir auf, äh, halbieren wir immer nur. Und, ähm, da das Ganze hier eine ganze Zahl ist, wird einfach immer Nachkommastellen werden abgeschnitten, falls welche da sein sollten. Und irgendwann, ähm, und wir erhöhen das so lange, bis der Counter quasi nicht mehr ausreicht, um das zu, ähm, oder wir erhöhen das so lange, bis der Counter das Ganze zu einem Overflow bringt. Dann lassen wir es und dann halbieren wir den Counter wieder und so nähern wir uns unserem Ziel rapide an. Und das sind so ein paar Tricks, die man hier ausmachen kann. Und so sehen wir auch, okay, für einen Long haben wir hier trotzdem, ähm, eine sehr, sehr, also wir haben einen Overflow auch bei einem Long, aber dieser Overflow ist wirklich, wirklich verdammt riesig. Also ich weiß nicht, was das für eine Zahl ist. Hier sind wir bei Millionen, ähm, Milliarden, Billionen, äh, Billiarden, Trillionen, also 9 Trillionen, 223 Billiarden, äh, und so weiter und so weiter. Also eine verdammt große Zahl, ja. Ähm, die wir hier darstellen können mit einem Long. Und der hat, wie gesagt, eben 64 Bit. Ähm, ups, der Integer hat 32 Bit, der Long hat 64 Bit. Und kann dadurch eine deutlich größere Zahl darstellen. Und wenn das noch nicht reicht, dann könnte man im Notfall auch noch, ähm, seine eigene Zahl implementieren. Oder, naja, es gibt Implementierungen von unendlich großen Zahlen, die dann halt anders arbeiten intern, aber die sind natürlich lang nicht so schnell, wie jetzt zum Beispiel so eine Zahl. Aber es gibt sowas auch. Genau. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Das wollte ich nur mal ganz kurz dargestellt haben, ähm, damit ihr wisst, was da eigentlich passiert intern. Weil wir halt einfach limitiert sind vom Speicherplatz und dadurch nicht unendliche Zahlen darstellen können. Also keine echten unendlichen Zahlen. Ähm, genau. Und ja, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, die Übung hat euch auch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.